H.P. Lovecraft. Die lauernde Furcht. Eine Produktion von Der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner. Erstes Kapitel. Der Schatten auf dem Schornstein. In der Nacht, in der ich mich zu der verlassenen Villa auf dem Gipfel des Tempest Mountain aufmachte, um die lauernde Furcht zu finden, lag Donner in der Luft. Ich war nicht allein, denn Tollkühnheit verband sich damals noch nicht mit jener Liebe zum Grotesken und Schrecklichen, durch die meine Laufbahn zu einer Reihe von Suchen nach seltsamen Schrecken in der Literatur und im Leben geworden ist. Bei mir waren zwei treue und muskulöse Männer, die ich zu gegebener Zeit vorausgeschickt hatte. Männer, die mich aufgrund ihrer besonderen Eignung schon lange bei meinen gruseligen Erkundungen begleiteten. Wir verließen das Dorf wegen der Reporter, die nach der unheimlichen Panik von vor einem Monat immer noch dort herumlungerten, in aller Stille. Der Albtraum des schleichenden Todes. Später, dachte ich, hätten sie mir vielleicht helfen können, aber damals wollte ich sie nicht dabei haben. Ich wünschte, ich hätte sie an der Suche teilhaben lassen, damit ich das Geheimnis nicht so lange alleine hätte ertragen müssen. Es allein zu ertragen, aus Angst, die Welt würde mich für verrückt erklären oder selbst verrückt werden angesichts der dämonischen Implikationen der Sache. Nun, da ich es trotzdem erzähle, damit mich die Grübelei nicht in den Wahnsinn treibt, wünschte ich, ich hätte es nie verschwiegen. Denn ich und nur ich weiß, welche Art von Furcht auf diesem gespenstischen und verlassenen Berg lauerte. In einem kleinen Auto legten wir die Meilen des unberührten Waldes und der Hügel zurück, bis der baumbestandene Anstieg uns zum Anhalten zwang. Das Land bot einen mehr als nur unheimlichen Anblick, da wir es bei Nacht und ohne die gewohnte Gruppe von Ermittlern betrachteten, sodass wir oft versucht waren, den Acetylen-Scheinwerfer zu benutzen, obwohl dies Aufmerksamkeit erregen könnte. Es war keine heisame Landschaft nach Einbruch der Dunkelheit und ich glaube, ich hätte ihre Morbidität bemerkt, selbst wenn ich nichts von dem Schrecken gewusst hätte, der dort lauerte. Es gab keine wilden Tiere, sie sind vorsichtig, wenn der Tod in der Nähe lauert. Die uralten, von Blitzen gezeichneten Bäume wirkten unnatürlich groß und verdreht und die übrige Vegetation unnatürlich dicht und fiebrig, während merkwürdige Hügel und Kuppen in der von Unkraut und Fulguriten übersäten Erde mich an Schlangen und Schädel von Toten erinnerten, die zu gigantischen Ausmaßen angeschwollen waren. Mehr als ein Jahrhundert schon lauerte die Angst auf dem Tempest-Mountain. Das erfuhr ich sofort aus Zeitungsberichten über die Katastrophe, die die Welt erstmals auf die Region aufmerksam machte. Der Ort ist eine abgelegene, einsame Erhebung in jenem Teil der Catskills, in dem die holländische Zivilisation einst nur schwach und kurzzeitig vordrang und bei ihrem Rückzug nur ein paar verfallene Villen und eine degenerierte Bevölkerung von Landbesetzern zurückließ, die in erbärmlichen Weilern an abgelegenen Hängen lebte. Normale Menschen besuchten den Ort selten, bis die Staatspolizei gegründet wurde und selbst jetzt patrouillieren nur selten Polizisten dort. Die Angst hat jedoch in den Nachbardörfern eine lange Tradition, da sie immer wieder Thema in den einfachen Gesprächen der armen Bauern ist, die manchmal ihre Täler verlassen, um handgewebte Körbe gegen primitive Notwendigkeiten einzutauschen, die sie nicht selbst schießen, züchten oder herstellen können. Die lauernde Furcht wohnte in der gemiedenen und verlassenen Martense Villa, die die hohe, aber allmähliche Erhebung krönte, deren Anfälligkeit für häufige Gewitter ihr den Namen Tempest Mountain einbrachte. Seit über hundert Jahren war das altertümliche, von einem Hain umgebene Steinhaus Gegenstand unglaublich wilder und ungeheuerlicher Geschichten. Geschichten von einem lautlosen, kolossalen, schleichenden Tod, der im Sommer sein Unwesen trieb. Mit wimmernder Beharrlichkeit erzählten die Bewohner Geschichten von einem Dämon, der einsame Wanderer nach Einbruch der Dunkelheit packte und entweder verschleppte oder in einem schrecklichen Zustand zerfetzter Glieder zurückließ. Manchmal flüsterten sie auch von Blutspuren, die zum entfernten Herrenhaus führten. Einige sagten, der Donner vertreibe die lauernde Furcht aus ihrem Versteck, während andere sagten, der Donner sei ihre Stimme. Außerhalb der Hinterwettler-Gegend glaubte niemand diese unterschiedlichen und widersprüchlichen Geschichten mit ihren unzusammenhängenden, ausschweifenden Beschreibungen des flüchtig gesichteten Ungeheuers. Dennoch zweifelte kein Bauer oder Dorfbewohner daran, dass das Herrenhaus der Martense auf gruselige Weise heimgesucht wurde. Die lokale Geschichte verbot einen solchen Zweifel, obwohl Ermittler, die das Gebäude nach besonders lebhaften Erzählungen der Bewohner aufgesucht hatten, nie einen Beweis für Geister fanden. Großmütter erzählten seltsame Mythen über das Martense-Gespenst, Mythen über die Martense-Familie selbst, ihre seltsame erbliche Verschiedenheit der Augen, ihre langen, ungewöhnlichen Annalen und den Mord, der sie verflucht hatte. Der Schrecken, der mich an den Ort des Geschehens brachte, war eine plötzliche und unheilvolle Bestätigung der wildesten Legenden der Bergbewohner. Eines Sommerabends, nach einem Gewitter von beispielloser Gewalt, wurde die Landschaft durch eine Massenflucht der Bewohner aufgeschreckt, die keine bloße Einbildung hervorrufen konnte. Die bedauernswerten Scharen der Einheimischen schrien und jammerten über den unbeschreiblichen Schrecken, der über sie hereingebrochen war, und man zweifelte nicht an ihren Worten. Sie hatten es nicht gesehen, aber sie hatten solche Schreier aus einem ihrer Weiler gehört, dass sie wussten, dass der schleichende Tod gekommen war. Am Morgen folgten Bürger und Staatstruppen den zitternden Bergbewohnern zu dem Ort, an dem sie sagten, der Tod sei gekommen. Der Tod war tatsächlich dort. Der Boden unter einem der Dörfer der Siedler war nach einem Blitzeinschlag eingesunken und hatte mehrere der übel riechenden Hütten zerstört. Aber über diesen Sachschaden lag eine organische Verwüstung, die ihn zur Bedeutungslosigkeit verblassen ließ. Von den 75 Einheimischen, die diesen Ort bewohnt hatten, war kein einziger lebender Mensch zu sehen. Die verwüstete Erde war mit Blut und menschlichen Überresten bedeckt, die zu deutlich von den Verwüstungen durch Dämonenzähne und Krallen zeugten. Dennoch führte keine sichtbare Spur von dem Gemetzel weg. Dass ein abscheuliches Tier die Ursache sein musste, darüber waren sich alle schnell einig, und niemand brachte jetzt die Anschuldigung wieder auf, dass solche rätselhaften Todesfälle lediglich die schmutzigen Morde darstellten, die in verkommenen Gemeinden an der Tagesordnung waren. Dieser Vorwurf wurde erst wieder laut, als etwa 25 der vermuteten Einwohner unter den Toten vermisst wurden. Und selbst dann war es schwer zu erklären, wie 50 Menschen von der Hälfte der Einwohnerzahl ermordet werden konnte. Aber es blieb die Tatsache, dass in einer Sommernacht ein Blitz aus dem Himmel geschossen war und ein totes Dorf hinterlassen hatte, dessen Leichen auf schreckliche Weise verstümmelt, zerkaut und zerkratzt waren. Die aufgeregte Landbevölkerung brachte das Grauen so fort mit dem verwunschenen Herrenhaus von Martense in Verbindung, obwohl die Orte über fünf Kilometer voneinander entfernt waren. Die Soldaten waren skeptischer. Sie bezogen das Herrenhaus nur beiläufig in ihre Untersuchungen ein und ließen es ganz fallen, als sie feststellten, dass es völlig verlassen war. Die Land- und Dorfbewohner durchkämmten den Ort jedoch mit unendlicher Sorgfalt. Sie warfen alles im Haus um, untersuchten Teiche und Bäche, schlugen Büsche nieder und durchsuchten die nahegelegenen Wälder. Alles war vergeblich. Der Tod, der gekommen war, hatte keine Spuren hinterlassen, außer der Zerstörung selbst. Am zweiten Tag der Suche wurde die Angelegenheit von den Zeitungen ausführlich behandelt, deren Reporter den Tempest Mountain regelrecht überrannten. Sie beschrieben sie sehr detailliert und mit vielen Interviews, um die Geschichte des Grauens zu verdeutlichen, wie sie von den Großmüttern vor Ort erzählt wurde. Anfangs verfolgte ich die Berichte nur widerwillig, denn ich bin ein Kenner des Schreckens. Aber nach einer Woche spürte ich eine Atmosphäre, die mich seltsam aufführte, so dass ich mich am 5. August 1921 unter die Reporter reite, die das Hotel in Lefferts Corners, dem nächstgelegenen Dorf zu Tempest Mountain und anerkannten Hauptquartier der Suchenden bevölkerten. Nach drei weiteren Wochen, als die Reporter sich zerstreut hatten, konnte ich mit einer schrecklichen Erkundung beginnen, die auf den minutiösen Untersuchungen und Vermessungen basierte, mit denen ich mich in der Zwischenzeit beschäftigt hatte. In dieser Sommernacht, während in der Ferne Donner grollte, verließ ich also ein stilles Auto und stapfte mit zwei bewaffneten Begleitern die letzten mit Hügeln bedeckten Abschnitte des Tempest Mountain hinauf, wobei wir die gespenstischen grauen Wände, die durch riesige Eichen vor uns zu erscheinen begannen, mit den Strahlen einer elektrischen Taschendampe beleuchteten. In dieser morbiden nächtlichen Einsamkeit und dem schwachen, sich verändernden Licht zeigte der riesige, kastenartige Haufen obskure Andeutungen von Schrecken, die der Tag nicht aufdecken konnte. Dennoch zögerte ich nicht, da ich mit dem festen Entschluss gekommen war, eine Idee zu überprüfen. Ich glaubte, dass der Donner den Todesdämon aus einem furchterregenden geheimen Ort rief, und sei dieser Dämon eine feste Entität oder eine dunstige Seuche, ich wollte ihn sehen. Ich hatte die Ruine zuvor gründlich durchsucht und war daher mit meinem Plan bestens vertraut. Als Sitz meiner Wache wählte ich das alte Zimmer von Jan Martense, dessen Ermordung in den ländlichen Legenden so großartig dargestellt wird. Ich hatte das subtile Gefühl, dass dieses Zimmer des einstigen Opfers für meine Zwecke am besten geeignet war. Das Zimmer, das etwa 20 Fuß im Quadrat maß, enthielt wie die anderen Räume einige Trümmer, die einst Möbel gewesen waren. Es lag im zweiten Stock in der südöstlichen Ecke des Hauses und hatte ein riesiges Ostfenster und ein schmales Südfenster, beide ohne Scheiben oder Fensterläden. Gegenüber dem großen Fenster befand sich ein riesiger, holländischer Kamin mit Kacheln, die den verlorenen Sohn darstellten. Und gegenüber dem schmalen Fenster stand ein geräumiges Bett, das in die Wand eingebaut war. Als der von den Bäumen gedämpfte Donner lauter wurde, ging ich die Einzelheiten meines Plans durch. Zuerst befestigte ich drei Strickleitern, die ich mitgebracht hatte, nebeneinander an der Kante des großen Fensters. Ich wusste, dass sie bis zu einer geeigneten Stelle auf dem Rasen draußen reichten, denn ich hatte sie bereits getestet. Dann schleppten wir drei ein breites Himmelbett aus einem anderen Zimmer und drängten es seitlich gegen das Fenster. Nachdem wir es mit Tannenzweigen bedeckt hatten, ruhten wir uns alle mit gezogenen Automatikwaffen darauf aus. Zwei erholten sich, während der dritte Wache hielt. Egal aus welcher Richtung der Dämon kommen würde, wir hatten vorgesorgt, um uns zu retten. Wenn er aus dem Haus kam, hatten wir die Fensterleitern. Wenn er von draußen kam, die Tür und die Treppe. Wir dachten nicht, dass er uns weit verfolgen würde, selbst im schlimmsten Fall. Ich wachte von Mitternacht bis ein Uhr, als ich trotz des unheimlichen Hauses, des ungeschützten Fensters und des herannahenden Donners und Blitzes eine ungewöhnliche Müdigkeit verspürte. Ich saß zwischen meinen beiden Begleitern. George Bennett saß am Fenster und William Tobbe am Kamin. Bennett war eingeschlafen, da er anscheinend die gleiche ungewöhnliche Schläfrigkeit verspürt hatte wie ich. Also bestimmte ich Tobbe für die nächste Wache, obwohl er selbst vor sich hindößte. Es ist merkwürdig, wie aufmerksam ich den Kamin beobachtet hatte. Der zunehmende Donner muss meine Träume beeinflusst haben, denn in der kurzen Zeit, in der ich schlief, kamen apokalyptische Visionen zu mir. Einmal erwachte ich teilweise, wahrscheinlich, weil der Schläfer am Fenster unruhig einen Arm über meine Brust gelegt hatte. Ich war nicht wach genug, um zu sehen, ob Tobbe seinen Pflichten als Wächter nachkam, aber ich verspürte eine deutliche Unruhe in dieser Hinsicht. Noch nie zuvor hatte mich die Gegenwart des Bösen so bedrückend überwältigt. Später muss ich wieder eingeschlafen sein, denn aus einem phantasmatischen Chaos heraus schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass die Nacht durch Schreie, die über alles hinausgingen, was ich bisher erlebt oder mir vorgestellt hatte, zu einem Albtraum wurde. In diesem Kreischen krallte sich die innerste Seele menschlicher Angst und Qual, hoffnungslos und wahnsinnig, an den ebenholzfarbenen Toren des Vergessens fest. Ich erwachte zu rotem Wahnsinn und dem Hohn des Diabolismus, als sich immer weiter und weiter unvorstellbare Ansichten, die von phobischer und kristalliner Angst zurückgezogen wurden, ausbreiteten und wiederhalten. Es gab kein Licht, aber ich wusste aus dem leeren Raum zu meiner Rechten, dass Tobbe weg war. Gott allein wusste, wohin. Über meiner Brust lag immer noch der schwere Arm des Schläfers zu meiner Linken. Dann kam der verheerende Blitz, der den ganzen Berg erschütterte, die dunkelsten Grüfte des alten Hains erleuchtete und den Urvater der verdrehten Bäume zersplitterte. Im dämonischen Blitz eines monströsen Feuerballs schreckte der Schläfer plötzlich auf, während der grelle Schein von jenseits des Fensters seinen Schatten lebhaft auf den Schornstein über dem Kamin warf, von dem meine Augen nie abgewichen waren. Dass ich noch am Leben bin und bei Verstand ist ein Wunder. Ich kann es nicht begreifen, denn der Schatten auf diesem Schornstein war nicht der von George Bennett oder irgendeinem anderen menschlichen Wesen, sondern eine blasphemische Abnormität aus den untersten Kratern der Hölle. Eine namenlose, formlose Abscheulichkeit, die kein Verstand vollständig erfassen und keine Feder auch nur teilweise beschreiben könnte. In einer weiteren Sekunde war ich allein in der verfluchten Villa, zitternd und stammelnd. George Bennett und William Torbay hatten keine Spuren hinterlassen. Nicht einmal von einem Kampf. Man hörte nie wieder etwas von ihnen. Zweites Kapitel Ein Wanderer im Sturm Nach diesem schrecklichen Erlebnis in der von Wald umgebenden Villa lag ich tagelang nervös erschöpft in meinem Hotelzimmer in Lefferts Corners. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es geschafft habe, das Auto zu erreichen, es zu starten und unbemerkt ins Dorf zurückzuschlüpfen, denn ich habe keinen anderen Eindruck als den von wild bewaffneten Titanenbäumen, dämonischen Donnergrollen und karonischen Schatten, die die niedrigen Hügel kreuzten, die die Region durchzogen und zerfurchten. Während ich zitternd und grübelnd über den Schatten nachdachte, der mir das Gehirn zersprengte, wusste ich, dass ich endlich einen der größten Schrecken der Erde aufgedeckt hatte. Eine dieser namenlosen Plagen, der äußeren Leere, deren schwache, dämonische Kratzer wir manchmal am äußersten Rand des Weltalls hören, vor denen uns unsere eigene begrenzte Sicht jedoch gnädigerweise schützt. Den Schatten, den ich gesehen hatte, wagte ich kaum zu analysieren oder zu identifizieren. Etwas hatte in dieser Nacht zwischen mir und dem Fenster gelegen, aber ich schauderte jedes Mal, wenn ich den Instinkt, es zu klassifizieren, nicht abschütteln konnte. Wenn es nur geknurrt, gebellt oder gekichert hätte, selbst das hätte die abgrundtiefe Scheußlichkeit gemildert. Aber es war so lautlos. Es hatte einen schweren Arm oder Vorderlauf auf meine Brust gelegt. Offensichtlich war es organisch oder war es einmal gewesen. Jan Martense, in dessen Zimmer ich eingedrungen war, war auf dem Friedhof in der Nähe des Anwesens begraben. Ich muss Bennet und Tobbe finden, falls sie noch lebten. Warum hatte es sie ausgewählt und mich als letzten zurückgelassen? Schläfrigkeit ist so erdrückend und Träume sind so schrecklich. Schon nach kurzer Zeit wurde mir klar, dass ich meine Geschichte jemandem erzählen musste, sonst würde ich völlig zusammenbrechen. Ich hatte bereits beschlossen, die Suche nach der lauernden Furcht nicht aufzugeben, denn in meiner vorschnellen Unwissenheit schien mir die Ungewissheit schlimmer zu sein als die Erleuchtung, wie schrecklich Letztere auch sein mochte. Dementsprechend entschied ich in meinem Kopf, welchen Weg ich am besten einschlagen sollte, wem ich mich anvertrauen sollte und wie ich das Ding aufspüren konnte, das zwei Männer ausgelöscht und einen albtraumhaften Schatten geworfen hatte. Meine Hauptbekanntschaften in Lefferts Corners waren die freundlichen Reporter gewesen, von denen einige noch vor Ort waren, um die letzten Echos der Tragödie einzufangen. Aus diesem Kreis wollte ich einen Kollegen auswählen und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr neigte ich zu einem gewissen Arthur Munro, einem dunklen, hageren Mann von etwa 35 Jahren, dessen Bildung, Geschmack, Intelligenz und Temperament ihn als jemanden auszeichneten, der nicht an konventionellen Ideen und Erfahrungen gebunden war. An einem Nachmittag, Anfang September, hörte sich Arthur Munro meine Geschichte an. Ich sah von Anfang an, dass er sowohl interessiert als auch verständnisvoll war und als ich fertig war, analysierte und diskutierte er die Sache mit größter Klugheit und Urteilsvermögen. Sein Rat war zudem äußerst praktisch, denn er empfahl, die Ermittlungen bezüglich des Herrenhauses der Martense zu verschieben, bis wir uns mit detaillierten historischen und geografischen Daten vertraut gemacht hätten. Auf seine Initiative hin durchkämmten wir die Gegend nach Informationen über die schreckliche Familie Martense und entdeckten einen Mann, der ein wunderbar aufschlussreiches Familientagebuch besaß. Wir sprachen auch ausführlich mit einigen der Bergbewohner, die nicht vor dem Schrecken und der Verwirrung an entlegenere Hänge geflohen waren und vereinbarten, unserer Hauptaufgabe der umfassenden und endgültigen Untersuchung des Anwesens im Lichte seiner detaillierten Geschichte, eine ebenso umfassende und endgültige Untersuchung von Orten vorausgehen zu lassen, die mit den verschiedenen Tragödien der Siedlerlegende in Verbindung stehen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung waren zunächst nicht sehr aufschlussreich, obwohl unsere Auflistung einen ziemlich signifikanten Trend zu offenbaren schien, nämlich, dass die Zahl der gemeldeten Schrecken in Gebieten, die entweder vergleichsweise nahe am gemietenen Haus lagen oder durch Teile des krankhaft üppigen Waldes mit ihm verbunden waren, bei weitem am größten war. Es gab zwar Ausnahmen. Tatsächlich ereignete sich das Grauen, das die Welt aufforchen ließ, in einem baumlosen Gebiet, das sowohl von der Villa als auch von den angrenzenden Wäldern entfernt lag. Was die Natur und das Aussehen der lauernden Furcht betraf, so war von den verängstigten und geistlosen Barackenbewohnern nichts zu erfahren. Im gleichen Atemzug nannten sie es eine Schlange oder einen Riesen, einen Donnerteufel und eine Fledermaus, einen Geier und einen wandelnden Baum. Wir hielten es jedoch für gerechtfertigt anzunehmen, dass es sich um einen lebenden Organismus handelte, der sehr anfällig für Gewitter war. Und obwohl einige der Geschichten auf Flügel hindeuteten, hielten wir es für wahrscheinlicher, dass es sich aufgrund seiner Abneigung gegen offene Räume an Land fortbewegte. Das Einzige, was mit dieser Ansicht wirklich unvereinbar war, war die Geschwindigkeit, mit der sich das Wesen fortbewegt haben musste, um all die ihm zugeschriebenen Taten zu verbringen. Als wir die Siedler besser kennenlernten, fanden wir sie in vielerlei Hinsicht seltsam sympathisch. Sie waren einfache Geschöpfe, die aufgrund ihrer unglücklichen Abstammung und lähmenden Isolation langsam auf der Evolutionsleiter nach unten wanderten. Sie fürchteten sich vor Fremden, gewöhnten sich aber langsam an uns und halfen uns schließlich sehr, als wir auf der Suche nach der lauernden Furcht das gesamte Dickicht niederschlugen und alle Trennwände des Anwesens herausrissen. Als wir sie baten, uns bei der Suche nach Bennet und Tobbe zu helfen, waren sie wirklich erschüttert. Denn sie wollten uns helfen, wussten aber, dass diese Opfer genauso aus der Welt verschwunden waren wie ihre eigenen vermissten Angehörigen. Wir waren natürlich fest davon überzeugt, dass eine große Anzahl von ihnen tatsächlich getötet und beseitigt worden war, so wie man die wilden Tiere schon lange ausgerottet hatte, und warteten mit Sorge auf weitere Tragödien. Mitte Oktober waren wir verblüfft, dass wir keine Fortschritte machten. Dank der klaren Nächte hatte es keine dämonischen Angriffe gegeben, und die Vollständigkeit unserer vergeblichen Suche in Haus und Land brachten uns fast dazu, die lauernde Furcht als nicht materielle Macht zu betrachten. Wir befürchteten, dass das kalte Wetter einsetzen und unsere Erkundungen stoppen würde, denn alle waren sich einig, dass der Dämon im Winter im Allgemeinen friedlich war. Daher herrschte bei unserer letzten Erkundung des von Schrecken heimgesuchten Weilers bei Tageslicht eine Art Eile und Verzweiflung. Ein Weiler, der nun aufgrund der Ängste der Siedler verlassen war. Der unglückselige Weiler der Siedler hatte keinen Namen, stand aber schon lange in einer geschützten, wenn auch baumlosen Schlucht zwischen zwei Erhebungen, die Cone Mountain und Mepple Hill genannt wurden. Er lag näher an Mepple Hill als an Cone Mountain und einige der primitiven Behausungen waren tatsächlich Erdhöhlen an der Seite der ehemaligen Erhebung. Geografisch lag er etwa drei Meilen nordwestlich des Fußes des Tempest Mountain und fünf Meilen von der von Eichen umgebenen Villa entfernt. Von der Entfernung zwischen dem Weiler und dem Herrenhaus waren volle zwei Meilen und ein Viertel auf der Seite des Weilers völlig offenes Land. Die Ebene war ziemlich eben, abgesehen von einigen niedrigen, schlangenartigen Hügeln und es gab nur Gras und vereinzeltes Gestrüpp als Vegetation. Angesichts dieser Topografie kamen wir schließlich zu dem Schluss, dass der Dämon über den Cone Mountain gekommen sein musste, eine bewaldete, südliche Verlängerung, die bis auf kurze Entfernung an den westlichen Ausläufer des Tempest Mountain heranreichte. Die Bodenverwerfung, die wir ausmachten, war eindeutig auf einen Erdrutsch von Mepple Hill zurückzuführen, einem hohen, einsamen, zersplitterten Baum, an dessen Seite der Blitz eingeschlagen hatte, der den Dämon heraufbeschworen hatte. Als Arthur Munro und ich zum zwanzigsten Mal oder öfter jeden Zentimeter des verwüsteten Dorfes genauestens untersuchten, waren wir von einer gewissen Entmutigung erfüllt, gepaart mit vagen und neuartigen Ängsten. Es war äußerst unheimlich, selbst wenn schreckliche und unheimliche Dinge an der Tagesordnung waren, nach solch überwältigenden Ereignissen auf eine so hilflose, unbedarfte Szene zu stoßen. Und wir bewegten uns unter dem bleiernden, sich verdunkelnden Himmel mit jenem tragischen, richtungslosen Eifer, der aus einem Gefühl der Sinnlosigkeit und der Notwendigkeit des Handelns resultiert. Wir waren äußerst sorgfältig. Jedes Häuschen wurde erneut betreten, jeder Unterstand am Hang erneut nach Leichen durchsucht, jeder dornige Fuß des angrenzenden Hangs erneut nach Höhlen und Unterständen abgesucht, aber alles ohne Ergebnis. Und doch schwebten, wie gesagt, vage neue Ängste bedrohlich über uns, als ob riesige Fledermausflügelige Greifen unsichtbar auf den Berghipfeln hockten und mit Abadonnaugen, die transkosmische Abgründe gesehen hatten, finster dreinblickten. Im Laufe des Nachmittags wurde es immer schwieriger zu sehen und wir hörten das Grollen eines Gewitters, das sich über dem Tempest Mountain zusammenbraute. Dieses Geräusch an einem solchen Ort beunruhigte uns natürlich, wenn auch weniger als in der Nacht. So wie es war, hofften wir verzweifelt, dass der Sturm bis weit nach Einbruch der Dunkelheit anhalten würde und mit dieser Hoffnung wandten wir uns von unserer ziellosen Suche am Hang ab und suchten den nächsten bewohnten Weiler auf, um eine Gruppe von Siedlern als Helfer bei der Untersuchung zu gewinnen. Einige der jüngeren Männer waren so schüchtern, aber auch von unserer beschützenden Führung inspiriert, dass sie diese Hilfe zusagten. Wir hatten uns jedoch kaum umgedreht, als ein so starker, Sintflutartiger Regen niederging, dass wir Schutz suchen mussten. Die extreme, fast nächtliche Dunkelheit des Himmels ließ uns traurig stolpern, aber geleitet von den häufigen Blitzen und unseren bescheidenen Wissen über den Weiler erreichten wir bald die am wenigsten durchlässige Hütte des ganzen Dorfes. Eine heterogene Kombination aus Baumstämmen und Brettern, deren noch vorhandene Tür und das einzige winzige Fenster beide auf Meppelhill gerichtet waren. Wir verriegelten die Tür hinter uns gegen die Wut des Windes und Regens und brachten den groben Fensterladen an, von dem wir bei unseren häufigen Suchen gelernt hatten, wo er zu finden war. Es war trostlos, dort auf klapprigen Kisten in der stockfinsteren Nacht zu sitzen, aber wir rauchten Pfeifen und schwenkten gelegentlich unsere Taschenlampen herum. Ab und zu konnten wir die Blitze durch die Risse in der Wand sehen. Der Nachmittag war so unglaublich dunkel, dass jeder Blitz extrem hell war. Die stürmische Nachtwache erinnerte mich schaudernd an meine schreckliche Nacht auf dem Tempest Mountain. Ich dachte an die seltsame Frage, die mir seit dem Albtraum immer wieder durch den Kopf ging und wieder fragte ich mich, warum der Dämon, der sich den drei Beobachtern entweder vom Fenster oder vom Inneren aus näherte, mit den Männern auf jeder Seite begonnen hatte und den Mann in der Mitte bis zum Schluss übrig gelassen hatte, bevor der titanische Feuerball ihn verscheufte. Warum hatte er seine Opfer nicht in natürlicher Reihenfolge geholt, mit mir an zweiter Stelle, aus welcher Richtung auch immer er sich genähert hatte? Mit welchen weitreichenden Tentakeln machte er Beute? Oder wusste er, dass ich der Anführer war und sparte mich für ein Schicksal auf, das schlimmer war als das meiner Gefährten? Mitten in diesen Überlegungen, als ob sie dramatisch arrangiert worden wären, um sie zu intensivieren, schlug in der Nähe ein gewaltiger Blitz ein, gefolgt von dem Geräusch rutschender Erde. Gleichzeitig erhob sich der wölfische Wind zu dämonischen Crescendos des Heulens. Wir waren sicher, dass der einsame Baum auf dem Meppel Hill erneut getroffen worden war und Munro erhob sich von seiner Kiste und ging zum winzigen Fenster, um den Schaden zu begutachten. Als er den Fensterlatten herunterließ, heulten Wind und Regen uhrenbetäubend herein, sodass ich nicht hören konnte, was er sagte, aber ich wartete, während er sich hinauslehnte und versuchte, das Pandemonium der Natur zu erfassen. Allmählich ließen der nachlassende Wind und die ungewöhnliche Dunkelheit darauf schließen, dass der Sturm vorüber war. Ich hatte gehofft, dass er bis in die Nacht hinein andauern würde, um uns bei unserer Suche zu helfen, aber ein verstohlener Sonnenstrahl aus einem Astloch hinter mir machte dies unwahrscheinlich. Ich schlug Munro vor, dass wir besser etwas Licht bekommen sollten, auch wenn es noch mehr Schauer geben sollte, und schloss die Ruhrtür auf. Der Boden draußen war eine einzige Masse aus Schlamm und Pfützen mit frischen Erdhaufen von dem leichten Erdrutsch, aber ich sah nichts, was das Interesse rechtfertigen würde, das meinen Begleiter dazu brachte, sich schweigend aus dem Fenster zu lehnen. Ich ging zu ihm hinüber und berührte seine Schulter, aber er rührte sich nicht. Dann, als ich ihn spielerisch schüttelte und herumdrehte, spürte ich die Würgegriffe eines krebsartigen Schreckens, dessen Wurzeln in unermessliche Vergangenheiten und unergründliche Abgründe der Nacht reichten, die jenseits der Zeit brütet. Denn Arthur Munro war tot. Und auf dem, was von seinem zerkauten und ausgehörten Kopf übrig war, war kein Gesicht mehr zu sehen. Drittes Kapitel Was der rote Glanz bedeutete In der stürmischen Nacht des 8. November 1921 stand ich mit einer Laterne, die bleiche Schatten warf, allein und törig da und grub im Grab von Jan Martense. Ich hatte am Nachmittag mit dem Graben begonnen, weil sich ein Gewitter zusammenbraute und jetzt, da es dunkel war und der Sturm über dem wahnsinnig dichten Laubwerk losgebrochen war, war ich froh darum. Ich glaube, dass meine Gedanken seit dem 5. August teilweise aus den Fugen geraten waren. Der Dämonenschatten in der Villa, die allgemeine Anspannung und Enttäuschung und das, was in einem Oktobersturm im Weiler geschah. Nach dieser Sache hatte ich ein Grab für jemanden ausgehoben, dessen Tod ich nicht verstehen konnte. Ich wusste, dass auch andere es nicht verstehen konnten, also sollten sie denken, Arthur Munro sei fortgegangen. Sie suchten, fanden aber nichts. Die Siedler hätten es vielleicht verstanden, aber ich wagte es nicht, sie noch mehr zu erschrecken. Ich selbst schien seltsam gefühllos zu sein. Dieser Schock in der Villa hatte etwas in meinem Gehirn angestellt und ich konnte nur noch an die Suche nach einem Horror denken, der in meiner Vorstellung zu einer Katastrophe geworden war. Eine Suche, bei der ich durch das Schicksal von Arthur Munro schwor, still und einsam zu bleiben. Der Ort meiner Ausgrabungen allein hätte ausgereicht, um jeden gewöhnlichen Menschen zu beunruhigen. Unheilvolle, uralte Bäume von unheiliger Größe, Alter und Groteskheit ragten wie die Säulen eines höllischen Druiden-Tempels über mir auf. Sie dämpften den Donner, beruhigten den kratzenden Wind und ließen nur wenig Regen durch. Hinter den vernarbten Stämmen im Hintergrund, die von fahlen Blitzen durchbrochen wurden, erhoben sich die feuchten, efeu bewachsenen Steine des verlassenen Herrenhauses, während etwas näher der verlassene holländische Garten lag, dessen Wege und Beete von einer weißen, pilzartigen, übel riechenden, fetten Vegetation verschmutzt waren, die nie das volle Tageslicht sah. Und am nächsten war der Friedhof, wo deformierte Bäume wahnsinnige Äste wiegten, während ihre Wurzeln unheilige Grabplatten verdrängten und das Gift aus dem, was darunter lag, aufsogen. Ab und zu konnte ich unter der braunen Laubdecke, die in der vorsintflutlichen Walddunkelheit verfaulte und eiterte, die unheimlichen Umrisse einiger dieser niedrigen Hügel erkennen, die für die blitzdurchzogene Region charakteristisch waren. Die Geschichte hatte mich zu diesem archaischen Grab geführt. Die Geschichte war in der Tat alles, was ich hatte, nachdem alles andere in höhnischem Satanismus änderte. Ich glaubte nun, dass die lauernde Furcht keine materielle Sache war, sondern ein wölfisches Gespenst, das auf dem Mitternachts Blitz ritt. Und ich glaubte aufgrund der vielen lokalen Überlieferungen, die ich bei meiner Suche mit Arthur Munro entdeckt hatte, dass es sich bei dem Geist um den von Jan Martense handelte, der 1762 starb. Deshalb grub ich idiotischerweise in seinem Grab. Das Martense Herrenhaus wurde 1670 von Gerrit Martense, einem wohlhabenden Kaufmann aus Neu-Amsterdam erbaut, der die sich ändernde Ordnung unter britischer Herrschaft ablehnte und dieses prächtige Anwesen auf einem abgelegenen Waldgipfel errichtete, dessen unberührte Einsamkeit und ungewöhnliche Landschaft ihm gefielen. Die einzige wesentliche Enttäuschung, die an diesem Ort auftrat, betraf die Häufigkeit heftiger Gewitter im Sommer. Als Minär Martense den Hügel auswählte und sein Herrenhaus baute, hatte er diese häufigen natürlichen Ausbrüche auf eine Besonderheit des Jahres zurückgeführt. Doch mit der Zeit erkannte er, dass die Gegend besonders anfällig für solche Phänomene war. Nachdem er festgestellt hatte, dass diese Stürme seiner Gesundheit schadeten, richtete er schließlich einen Keller ein, in den er sich vor ihrem wildesten Treiben zurückziehen konnte. Über Gerrit Martenses Nachkommen ist weniger bekannt als über ihn selbst, da sie alle im Hass auf die englische Zivilisation aufwuchsen und dazu erzogen wurden, diejenigen Kolonisten zu meiden, die diese akzeptierten. Ihr Leben war äußerst zurückgezogen und die Leute erklärten, dass ihre Isolation sie schwerfällig in Wort und Verständnis gemacht habe. Äußerlich waren alle durch eine besondere, vererbte Verschiedenheit der Augen gekennzeichnet. Eines war in der Regel blau und das andere braun. Ihre sozialen Kontakte wurden immer weniger, bis sie schließlich begannen, untereinander zu heiraten und sich mit den zahlreichen niederen Ständen auf dem Anwesen zu vermischen. Viele der dicht gedrängten Familien degenerierten, zogen über das Tal und verschmolzen mit der Mischlingsbevölkerung, aus der später die erbärmlichen Siedler hervorgingen. Der Rest hielt trotzig an ihrem angestammten Herrenhaus fest, wurde immer abweisender und wortkarger, entwickelte aber eine nervöse Reaktion auf die häufigen Gewitter. Die meisten dieser Informationen gelangten durch den Jungen Jan Martenser an die Außenwelt, der sich aus einer Art Unruhe heraus der Kolonialarmee anschloss, als die Nachricht von der Albany Convention Tempest Mountain erreichte. Er war der Erste von Gerrits Nachkommen, der viel von der Welt sah. Als er 1760 nach sechs Jahren Feldzug zurückkehrte, wurde er von seinem Vater, seinen Onkeln und Brüdern als Außenseiter gehasst, trotz seiner andersartigen Martenser Augen. Er konnte die Eigenheiten und Vorurteile der Martenses nicht mehr teilen und die Gewitter auf dem Berg berauschten ihn nicht mehr wie früher. Stattdessen bedrückte ihn seine Umgebung und er schrieb häufig an einen Freund in Albany, um ihm mitzuteilen, dass er das väterliche Dach verlassen wolle. Im Frühjahr 1763 machte sich Jonathan Gifford, ein Freund von Jan Martenser aus Albany, Sorgen über das Schweigen seines Briefpartners, insbesondere angesichts der Zustände und Streitigkeiten auf dem Anwesen der Martenses. Entschlossen, Jan persönlich zu besuchen, machte er sich zu Pferd auf den Weg in die Berge. In seinem Tagebuch steht, dass er am 20. September den Tempest Mountain erreichte und das Herrenhaus in einem sehr heruntergekommenen Zustand vorfand. Die mürrischen, seltsam aussehenden Martenses, deren unreine tierische Erscheinung ihn schockierte, teilten ihm mit gebrochener Kehle mit, dass Jan tot sei. Sie bestanden darauf, dass er im Herbst zuvor vom Blitz getroffen worden sei und nun hinter den verwahrlosten, versunkenen Gärten begraben läge. Sie zeigten dem Besucher das Grab, kahl und ohne jede Markierung. Etwas an der Art der Martenses löste bei Gifford ein Gefühl des Ekels und des Misstrauens aus und eine Woche später kehrte er mit Spaten und Hacke zurück, um die Grabstätte zu untersuchen. Er fand, was er erwartet hatte. Einen Schädel, der grausam als er nach Urbany zurückkehrte, beschuldigte er die Martenses offen des Mordes an ihrem Verwandten. Es fehlten zwar die rechtlichen Beweise, aber die Geschichte verbreitete sich schnell auf dem Land und von da an wurden die Martenses von der Welt geächtet. Niemand wollte mit ihnen Geschäfte machen und ihr abgelegenes Anwesen wurde als verfluchter Ort gemieden. Irgendwie gelang es ihnen unabhängig von den Erzeugnissen ihres Anwesens zu leben, denn gelegentliche Lichter, die von weit entfernten Hügeln auszusehen waren, zeugten von ihrer fortgesetzten Anwesenheit. Diese Lichter wurden noch bis 1810 gesehen, aber gegen Ende wurden sie immer seltener. In der Zwischenzeit entstanden um das Herrenhaus und den Berg herum teuflische Legenden. Der Ort wurde mit doppelter Sorgfalt gemieden und mit jedem geflüsterten Mythos Versehen, den die Tradition liefern konnte. Er blieb bis 1816 unbesucht, als die Siedler bemerkten, dass die Lichter weiterhin ausblieben. Zu dieser Zeit machte eine Gruppe Nachforschungen und fand das Haus verlassen und teilweise in Trümmern vor. Es lagen keine Skelette herum, so dass er auf Abreise als auf Tod geschlossen wurde. Der Clan schien einige Jahre zuvor weggezogen zu sein und improvisierte Familie vor ihrer Abwanderung geworden war. Ihr kulturelles Niveau war sehr gesunken, wie verfallende Möbel und verstreutes Silberbesteck bewiesen, das schon lange aufgegeben worden sein musste, bevor die Besitzer das Haus verließen. Aber obwohl die gefürchteten Martenses fort waren, hielt die Angst vor dem Spukhaus an und sie wurde sehr akut, als unter den dekadenten Bewohnern der Berge neue und seltsame Geschichten aufkamen. Da stand es, verlassen, gefürchtet und mit dem rachsüchtigen Geist von Jan Martense verbunden. Da stand es noch in der Nacht, als ich in Jan Martenses Grab grub. Ich habe mein langwieriges Graben als idiotisch beschrieben und das war es in der Tat, was das Objekt und die Methode betraf. Der Sarg von Jan Martense war bald ausgegraben. Er enthielt nur noch Staub und Salpeter, aber in meinem Zorn seinen Geist zu exhumieren, grub ich irrational und ungeschickt tiefer unter der Stelle, wo er gelegen hatte. Gott weiß, was ich zu finden hoffte. Ich hatte nur das Gefühl, dass ich im Grab eines Mannes grub, dessen Geist nachts umhergeisterte. Es ist unmöglich zu sagen, welche ungeheure Tiefe ich erreicht hatte, als mein Spaten und bald auch meine Füße durch den Boden darunter brachen. Das Ereignis war unter den gegebenen Umständen gewaltig, denn die Existenz eines unterirdischen Raums hier war eine schreckliche Bestätigung meiner verrückten Theorien. Durch meinen leichten Sturz war die Laterne erloschen, aber ich holte eine elektrische Taschenlampe hervor und betrachtete den kleinen horizontalen Tunnel, der in beide Richtungen endlos weiterführte. Er war groß genug, dass ein Mann sich hindurchzwängen konnte und obwohl kein vernünftiger Mensch es zu diesem Zeitpunkt versucht hätte, vergaß ich Gefahr, Vernunft und Sauberkeit in meinem zielstrebigen Fieber die lauernde Furcht zu entdecken. Ich entschied mich für die Richtung zum Haus und kroch rücksichtslos in den engen Gang. Ich kroch blind und schnell voran und leuchtete nur selten mit der Lampe, die ich vor mir hielt. Welche Sprache kann das Schauspiel eines Mannes beschreiben, der sich in einer tiefen Erde verirrt hat, der scharrt, sich windet, keucht und der wie verrückt durch versunkene Windungen von undenklicher Schwärze krabbelt, ohne eine Ahnung von Zeit, Sicherheit, Richtung oder einem bestimmten Ziel zu haben. Es hat etwas Schreckliches, aber genau das habe ich getan. Ich habe es so lange getan, dass das Leben zu einer fernen Erinnerung verblasste und ich eins wurde mit den Maulwürfen und Larven, der nächtlichen Tiefen. Tatsächlich war es nur ein Zufall, dass ich nach endlosen Windungen meine vergessene elektrische Lampe zum Leuchten brachte, sodass sie unheimlich den Gang aus festgetrocknetem Lehm entlang leuchtete, der sich vor mir erstreckte und krümmte. Ich hatte mich schon eine ganze Weile auf diese Weise durchgekämpft, sodass meine Batterie fast leer war, als der Gang plötzlich steil nach oben anstieg und meine Fortbewegungsart veränderte. Und als ich meinen Blick hob, sah ich in der Ferne ohne Vorbereitung zwei dämonische Reflektionen meiner erlöschenden Lampe glitzern. Zwei Reflektionen, die in einem unheilvollen und unverkennbaren Glanz erstrahlten und wahnsinnig nebulöse Erinnerungen hervorriefen. Ich blieb unwillkürlich stehen, aber mir fehlte der Verstand, mich zurückzuziehen. Die Augen näherten sich, aber von dem Ding, das sie trug, konnte ich nur eine Klaue erkennen. Aber was für eine Klaue! Dann hörte ich weit über mir ein leises Krachen, das ich erkannte. Es war der wilde Donner des Berges, der sich zu hysterischer Wut erhob. Ich musste schon eine ganze Weile nach oben gekrochen sein, sodass die Oberfläche jetzt ganz in der Nähe war. Und während der dumpfe Donner dröhnte, starrten diese Augen immer noch mit leerer Bösartigkeit. Gott sei Dank wusste ich damals nicht, was es war, sonst wäre ich gestorben. Aber ich wurde von dem Donner gerettet, der es gerufen hatte, denn nach einem schrecklichen Warten brach einer dieser häufigen Blitze in Richtung Berg aus dem unsichtbaren Himmel hervor, dessen Nachwirkungen ich hier und da als Furchen aus aufgewühlter Erde und Fulguriten verschiedener Größe bemerkt hatte. Mit zyklopischer Wut riss er sich durch den Boden über dieser verdammten Grube, blendete und betäubte mich, versetzte mich aber nicht vollständig ins Koma. Im Chaos der rutschenden sich verschiebenden Erde klammerte ich mich fest und zappelte hilflos, bis der Regen auf meinem Kopf mich beruhigte und ich sah, dass ich an einer vertrauten Stelle an die Oberfläche gekommen war, an einer steilen, unbewaldeten Stelle am Südwesthang des Berges. Wiederkehrende Wetterleuchten erhellten den zerklüfteten Boden und die Überreste des seltsamen niedrigen Hügels, der sich vom bewaldeten höheren Hang herabgezogen hatte, aber in dem Chaos war nichts, was auf meinen Ort des Ausstiegs aus der tödlichen Katakombe hindeutete. In meinem Kopf herrschte ein ebenso großes Chaos wie auf der Erde und als ein roter Lichtblitz aus südlicher Richtung auf die Landschaft fiel, war mir kaum bewusst, welches Grauen ich durchgemacht hatte. Aber als mir die Siedler zwei Tage später sagten, was der rote Lichtblitz bedeutete, empfand ich mehr Entsetzen als das, was der Schimmelpilz die Klaue und die Augen verursacht hatten, mehr Entsetzen wegen der überwältigenden Auswirkungen. In einem zwanzig Meilen entfernten Weiler war eine Orgie der Angst dem Blitz gefolgt, der mich an die Oberfläche gebracht hatte und ein namenloses Ding war von einem überhängenden Baum in eine Hütte mit schwachem Dach gefallen. Dieses Ding war nicht untätig geblieben, aber die schmerzt, bevor es entkommen konnte. Es hatte diese Tat genau in dem Moment begangen, als die Hütte über dem Ding mit der Klaue und den Augen einstürzte. Viertes Kapitel Das Grauen in den Augen Es kann nichts Normales in der Vorstellung eines Menschen geben, der, wenn er weiß, was ich über die Schrecken von Tempest Mountain wusste, allein nach der Furcht suchen würde, die dort Verkörperungen der Furcht vernichtet wurden, war nur eine schwache Garantie für geistige und körperliche Sicherheit in diesem von viel gestaltigem Diabolismus geprägten Acheron. Dennoch setzte ich meine Suche mit noch größerem Eifer fort, als die Ereignisse und Enthüllungen immer monströser wurden. Als ich zwei Tage nach meinem schrecklichen Kriechen durch diese Krypta der Augen und Klauen erfuhr, dass ein Ding zwanzig Meilen entfernt im selben Augenblick bösartig in der Luft schwebte, in dem die Augen mich anstarrten, durchlitt ich regelrechte Krämpfe vor Schreck. Aber dieser Schrecken war so sehr mit Verwunderung und verlockender Groteske vermischt, dass es fast ein angenehmes Gefühl war. Manchmal mitten in einem Albtraum, wenn unsichtbare Mächte einen über die Dächer fremder toter Städter in Richtung des grinsenden Abgrunds von Nies wirbeln, ist es eine Erleichterung und sogar eine Freude, wild zu schreien und sich freiwillig mit dem schrecklichen Wirbel des Albtraums in den bodenlosen Abgrund zu stürzen, der sich auftut. Und so war es auch mit dem Albtraum des Tempest Mountain. Die Entdeckung, dass zwei Monster an diesem Ort ihr Unwesen getrieben hatten, weckte in mir schließlich das wahnsinnige Verlangen, Händen den Tod auszugraben, der aus jedem Zentimeter des giftigen Bodens hervorlugte. So schnell wie möglich besuchte ich das Grab von Jan Martense und grub vergeblich dort, wo ich schon einmal gegraben hatte. Ein größerer Einsturz hatte alle Spuren des unterirdischen Ganges verwischt, während der Regen so viel Erde in die Ausgrabung zurückgespült hatte, dass ich nicht sagen konnte, wie tief ich an jenem Tag gegraben hatte. Ich machte mich auch auf den schwierigen Weg zu dem abgelegenen Weiler, in dem das Todeswesen verbrannt worden war und wurde für meine Mühe kaum belohnt. In der Asche der verhängnisvollen Hütte fand ich mehrere Knochen, aber anscheinend keine von dem Monster. Die Siedler sagten, das Ding hätte nur ein Opfer gehabt, aber darin schätzte ich sie als ungenau ein, denn neben dem vollständigen Schädel eines Menschen gab es ein weiteres Knochenfragment, das mit Sicherheit irgendwann einmal zu einem menschlichen Schädel gehört hatte. Obwohl der schnelle Sturz des Monsters gesehen worden war, konnte niemand genau sagen, wie die Kreatur aussah. Die jenigen, die es gesehen hatten, nannten es einfach einen Teufel. Als ich den großen Baum untersuchte, in dem es sich versteckt hatte, konnte ich keine besonderen Merkmale erkennen. Ich versuchte, eine Spur in den schwarzen Wald zu finden, aber dieses Mal konnte ich den Anblick dieser krankhaft großen Baumstämme oder dieser riesigen schlangenartigen Wurzeln, die sich so bösartig wandten, bevor sie in die Erde versanken, nicht ertragen. Als nächstes untersuchte ich mit akribischer Sorgfalt den verlassenen Weiler, in dem der Tod am häufigsten zugeschlagen hatte und in dem Arthur Munro etwas gesehen hatte, das er nie beschreiben konnte. Obwohl meine vergeblichen vorherigen Suchen äußerst gründlich gewesen waren, hatte ich nun neue Daten zu prüfen, denn meine schreckliche Grabesfahrt hatte mich davon überzeugt, dass zumindest eine der Phasen des Monströsen ein unterirdisches Wesen gewesen war. Dieses Mal am 14. November konzentrierte sich meine Suche hauptsächlich auf die Hänge des Cone Mountain und des Meppel Hill, von wo aus sie den unglücklichen Weiler überblicken und ich widmete der lockeren Erde des Erdrutsch Gebiets auf dem letzteren Hügel besondere Aufmerksamkeit. Der Nachmittag meiner Suche brachte nichts ans Licht und die Dämmerung kam, als ich auf dem Meppel Hill stand und auf das Dorf hinunter blickte und über das Tal zum Tempest Mountain Schaute. Es hatte einen wunderschönen Sonnenuntergang gegeben und jetzt ging der Mond auf, fast voll und überflutete die Ebene, den fernen Berghang und die seltsamen niedrigen Hügel, die sich hier und da erhoben mit Silber. Es war eine friedliche arkadische Szene, aber da ich wusste, was sie verbarg, hasste ich sie. Ich hasste den spöttischen Mond, die heuchlerische Ebene, den schwerenden Berg und diese unheimlichen Hügel. Alles schien mir von einer abscheulichen Ansteckung befallen und von einer schädlichen Allianz mit verzerrten verborgenen Mächten inspiriert zu sein. Als ich so in Gedanken versunken auf die Mond beschienene Landschaft blickte, wurde mein Blick plötzlich von etwas Besonderem in der Beschaffenheit und Anordnung eines bestimmten topografischen Elements angezogen. Ohne genaue geologische Kenntnisse zu haben, hatte ich mich von Anfang an für die seltsamen Hügel und Kuppen der Region interessiert. Ich hatte bemerkt, dass sie ziemlich weit um den Tempest Mountain herum verteilt waren, obwohl sie in der Ebene weniger zahlreich waren als in der Nähe des Gipfels selbst, wo die prähistorische Vergletscherung zweifellos auf schwächeren Widerstand gegen ihre auffälligen und fantastischen Launen gestoßen war. Jetzt im Licht dieses niedrigen Mondes der lange seltsame Schatten warf, fiel mir auf, dass die verschiedenen Punkte und Linien des Hügelsystems eine besondere Beziehung zum Gipfel des Tempest Mountain hatten. Dieser Gipfel war unbestreitbar ein Zentrum, von dem aus die Linien oder Reihen von Punkten unendlich und unregelmäßig ausstrahlten. Als hätte das unheilvolle Hirnhaus der Familie Martense sichtbare Tentakel des Schreckens ausgestreckt. Der Gedanke an solche Tentakel erfüllte mich mit einem unerklärlichen Schauder und ich hielt inne, um zu analysieren, warum ich glaubte, dass diese Hügel Gletscherphänomene waren. Je mehr ich darüber nachdachte, desto weniger glaubte ich daran und in meinem neu geöffneten Geist begannen groteske und schreckliche Analogien zu schlagen, die auf oberflächlichen Aspekten und auf meinen Erfahrungen unter der Erde beruhten. Ehe ich mich versah, stieß ich wie im Fieberwahn unzusammenhängende Worte vor mich hin. Mein Gott, Maulwurfshügel, der verdammte Ort muss von Waben durchzogen sein, wie viele in jener Nacht in der Villa. Sie nahmen Bennet und Tobbe zuerst auf jeder Seite von uns. Dann grub ich wie wild in dem Erdhügel, der sich am nächsten zu mir erstreckte. Ich grub verzweifelt, zitternd, aber fast jubelnd, grub und schrie schließlich laut auf vor einem unangebrachten Gefühl, als ich auf einen Tunnel oder einen Gang stieß, genau wie der, durch den ich in dieser anderen dämonischen Nacht gekrochen war. Danach erinnere ich mich daran, wie ich mit der Schaufel in der Hand gerannt bin, ein schrecklicher Lauf über Mondbeschienene, von Hügeln geprägten Wiesen und durch kranke, steile Abgründe eines verwunschenen, Waldes am Hang, springend, schreiend, keuchend auf das schreckliche Herrenhaus von Martenser zu. Ich erinnere mich daran, wie ich unvernünftigerweise in allen Teilen des von Dornen ranken überwucherten Kellers grub, grub, um den Kern und das Zentrum des bösartigen Universums der Hügel zu finden. Und dann erinnere ich mich daran, wie ich lachte, als ich auf den Durchgang stieß, das Loch am Fuß des alten Schornsteins, wo das dichte Unkraut wuchs und seltsamer Schatten im Licht der einsamen Kerze warf, die ich zufällig bei mir hatte. Was noch in diesem Höllenbau zurückgeblieben war, lauernd und darauf wartend, dass der Donner es erweckte, wusste ich nicht. Zwei waren getötet worden, vielleicht war es damit erledigt, aber es blieb immer noch diese brennende Entschlossenheit, das innerste Geheimnis der Angst zu erreichen, das ich wieder einmal für definitiv materiell und organisch hielt. Meine unentschlossene Überlegung, ob ich den Gang allein und sofort mit meiner Taschenlampe erkunden oder versuchen sollte, eine Gruppe von Einheimischen für die Suche zusammen zu trommeln, wurde nach einer Weile durch einen plötzlichen Windstoß von draußen unterbrochen, der die Kerze ausblies und mich in völliger Dunkelheit zurückließ. Der Mond schien nicht mehr durch die Ritzen und Öffnungen über mir und mit einem Gefühl schicksalhafter Angst hörte ich das unheilvolle und bedeutungsvolle Grollen eines herannahenden Donners. Mein Gehirn war von einem Wirrwarr an Gedanken beherrscht, die mich dazu brachten, mich in die hinterste Ecke des Kellers zu tasten. Meine Augen wandten sich jedoch nie von der schrecklichen Öffnung am Fuße des Schornsteins ab. Ich begann flüchtige Blicke auf die bröckelnden Ziegel und das ungesunde Unkraut zu erhaschen, als Jede Sekunde wurde ich von einer Mischung aus Angst und Neugierde verzehrt. Was würde der Sturm hervorbringen oder gab es noch etwas, das er hervorbringen konnte? Geleitet von einem Blitzlicht ließ ich mich hinter einem dichten Pflanzenbüschel nieder, durch das ich die Öffnung sehen konnte, ohne selbst gesehen zu werden. Wenn der Himmel gnädig ist, wird er eines Tages den Anblick, den ich sah, aus meinem Bewusstsein löschen und mich meine letzten Jahre in Frieden leben lassen. Ich kann nachts nicht mehr schlafen und muss Opiate nehmen, wenn es donnert. Das Ding kam plötzlich und unangekündigt. Ein Dämon rattenartig huschte aus fernen und unvorstellbaren Gruben, ein höllisches Keuchen und ersticktes Grunsten und dann brach aus dieser Öffnung unter dem Schornstein eine Vielzahl Leben hervor. Eine abscheuliche, aus der Nacht hervorgegangene Flut organischer Verderbnis, die verheerender und abscheulicher war als die schwerzesten Beschwörungen von tödlichem Wahnsinn und Morbidität. Es brodelte, kochte, wogte und sprudelte wie Schlangenschleim, rollte sich zusammen und kowoll aus dem klaffenden Loch, breitete sich wie eine eitrige Seuche aus und strömte an jeder Austrittsstelle aus dem Keller, strömte hinaus, um sich in den verfluchten Mitternachtswäldern zu verteilen und Angst, Wahnsinn und Tod zu verbreiten. Gott weiß, wie viele es waren, es müssen Tausende gewesen sein, es war schockierend, sie in diesem schwachen, unregelmäßigen Blitzlicht zu sehen. Als sie so weit ausgedünnt waren, dass man sie als einzelne Organismen erkennen konnte, sah ich, dass es winzige, missgebildete, haarige Teufel oder Affen waren, monströse und diabolische Karikaturen des Affenstamms. Sie waren so entsetzlich still. Es gab kaum ein Quieken, als einer der letzten Nachzügler sich mit der Geschicklichkeit langer Übungen umdrehte, um in gewohnter Weise einen schwächeren Gefährten zu verspeisen. Andere schnappten sich, was übrig blieb und verspeisten es mit sabberndem Genuss. Dann, trotz meiner Benommenheit vor Schreck und Ekel, siegte meine morbide Neugier und als das letzte der Monster allein aus dieser Unterwelt eines unbekannten Albtraums auftauchte, zog ich meine automatische Pistole und schoss es im Schutz des Donners nieder. Schreiende, schlängelnde, Sintflutartige Schatten, von rotem, zähflüssigem Wahnsinn, die einander durch endlose, blutgetränkte Korridore eines purpurnen, blitzenden Himmels jagen. Formlose Phantasmen und kaleidoskopische Mutationen einer gruseligen, erinnerten Szene. Wälder von monströsen, übersättigten Eichen mit Schlangenwurzeln, die sich Winden und undefinierbare Säfte aus einer Erde saugen, die von Millionen kannibalischer Teufeln verseucht ist. Hügelartige Tentakel, die aus unterirdischen Kernen polypöser Perversion ragen, wahnsinnige Blitze über bösartigen, efeu bewachsenen Mauern und Dämonen Akkaden, die von pilzartiger Vegetation erstickt sind. Dem Himmel sei gedankt für den Instinkt, der mich unbewusst an Orte führte, in denen Menschen leben, zu dem friedlichen Dorf, das unter den ruhigen Sternen eines klaren Himmels schlief. Nach einer Woche hatte ich mich so weit erholt, dass ich nach Albany schicken konnte, um eine Gruppe von Männern zu holen, die das Anwesen der Martenses und den gesamten Gipfel des Tempest Mountain mit Dynamit in die Luft jagen, alle auffindbaren Höhleneingänge zuschütteten und bestimmte viel zu große Bäume fällen sollten, deren bloße Existenz eine Beleidigung für den gesunden Menschenverstand darstellte. Nachdem sie das erledigt hatten, konnte ich ein wenig schlafen, aber wahre Ruhe werde ich nie finden, solange ich mich an das namenlose Geheimnis der lauernden Furcht erinnere. Das Ding wird mich heimsuchen, denn wer kann sagen, dass die Ausrottung vollständig ist und dass es nicht überall auf der Welt ähnliche Phänomene gibt. Wer kann bei meinem Wissen an die unbekannten Höhlen der Erde denken, ohne sich vor zukünftigen Ereignissen zu fürchten? Ich kann keinen Brunnen- oder U-Bahn-Eingang sehen, ohne zu erschaudern. Warum können mir die Ärzte nicht etwas geben, das mich einschlafen lässt, oder mein Gehirn wirklich beruhigt, wenn es donnert? Was ich im Schein meiner Taschenlampe sah, nachdem ich auf das unsagbare, umherirrende Objekt geschossen hatte, war so einfach, dass es fast eine Minute dauerte, bis ich es verstand und in einen Wahnzustand verfiel. Das Objekt war abscheulich, ein schmutziges, weißliches Gorilla-Ding mit scharfen, gelben Reißzähnen und verfilztem Fell. Es war das ultimative Produkt der Degeneration von Säugetieren. Das schreckliche Ergebnis von isolierter Fortpflanzung, Vermehrung und kannibalischer Ernährung über und unter der Erde. Die Verkörperung all des knurrenden Chaos und der grinsenden Angst, die hinter dem Leben lauern. Es hatte mich angesehen, als es starb, und seine Augen hatten dieselbe seltsame Qualität, die auch die anderen Augen hatten, die mich unter der Erde angestarrt und trübe Erinnerungen geweckt hatten. Ein Auge war blau, das andere braun. Es waren die gleichen Augen der Martenses aus den alten Legenden und ich wusste in einem einzigen, alles überschwemmenden Kataklysmus stimmlosen Grauens, was aus dieser verschwundenen Familie geworden war. Die schreckliche und donnerverrückte Sippe Sippe der Martenses Die lauernde Furcht von Howard Phillips Lovecraft Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner Dieses Video wird unterstützt von Aquarius Girl Michael Simnacher Christian Santer Savas 420 Linkas YouTube Alexander Grobe Flotz Volker Schulz Adrian Müller Der Zwei Niederrheiner und Mountain Lion Mother Vielen Dank